Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen Hyundai sicherlich nicht übergehen. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Im Fahrzeuginnern finden Sie eine Kombination aus Geräumigkeit und Komfort. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Hyundai finden wir eine Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht. Ebenfalls ist dieser Hyundai mit Dachreling, einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017